Bei Berlin Leuchtet haben wir uns gedacht, die Fassade des Stadions werden wir verändern, natürlich nicht baulich, sondern nur mit Licht. Und zwar über die fast gesamte Bandbreite und Höhe der Fassade wird es eine Illumination geben, eine Videoanimation, die dann alle 45 Minuten, also eine Halbzeit quasi in einer Dauer von fünf Minuten erscheinen wird. Ich will einfach nicht alles verraten, weil es wird eine tolle Nummer und der Eintritt ist frei. Genau, ab 18.30 Uhr ist hier Betrieb auf dem Parkplatz direkt vorm Stadion. Vielen Dank.